dann jetzt zum gold aufwinken ab die post und hoffentlich gewinnen wir das ding ich kackt direkt wieder rein es hieß sie hat spielst der war halt klar klar es ist gott sie alter weißt du, runde fängt an 3k ich denke auch 3 wir würden nämlich jetzt gleich mit einem header drauf gehen oder an der bombe sterben der war connector connector ist nichts bin doch durch connector durch gerannt dann habe ich mich jetzt machen wir auch noch so schnell die sind aber trotzdem eher du als er da als du sie haben reden das sind unsere Leute was alles gut bei euch geklaut so kommt er damit doch war ja 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 komm ich habe aber keine flech nein keine flech ok einfach hinter mir gib mir rücken keine flech alles klar ja wie soll sie ihm rücken geben er hat mir gesagt kipp rücken ok ok also ich habe ich war an allen ich war an allen beteiligt haben wieder 211 schaden mit der granate gemacht alles klar ich habe die leute abgefackelt wir müssen bis heute mein endgegner der endboss ja weil du den jungen rücken geschossen hast ja er hat mir gesagt gib mir rücken also schießt mir den rücken aus ich habe es schon gemacht ja er gibt mir rücken ein aussport ja ich dachte du meinst das damals ja er gibt mir Kopf gib mir Kopf gmg 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 ist das denn hier alter ist die das letzte also es sind vier leute um ihn herum und bin der tüte nämlich seit man wieder kompletten also ist halt ja ok ich rennen muss mori ist ja der behörer auf gar steh'n hast du bock die ternier hast du akka ja ja brauchst du nur kurz kurz zwei minuten wo wo da unten ok der ist schon da glaubt der gegner ist alt ja 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 das stand ich da einfach nur als Bait und jetzt wenn ich den Rest sage ich lass sie rauskommen er tötet mich Rache was will man denn hier? komm ich will mal was ganz aus dem Bild Only Taser die anderen Au Bro alter zieht die mir direkt 20 weg ey muss verballt geben jetzt Ich geflasht Window kommt, Window kommt glaube ich Kobi Oh wow Kurs man Ja du, warum guckst du nicht kurz? Ja du stehst kurz einmal nach zickzack ey Du standest auch kurz Einer noch auf A Du standest neben mir du Einer noch auf A Ja genau Ja genau Ja und einer ist noch auf B Ich war Penner Ecke Penner Ecke Ja Ui 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 Da hat's geklatscht Da hat's geklatscht Soll ich gönnen, oder? Maurice! Halt die Gorsche! Moin Heck ist da! Wie ist Martin? Okay! Ich würd, ja, knifeln. Ja, wenn ich's morgen knifeln. Nein! Scheiße! Scheiße! Egal, er ist mit gestorben! Da war Benni ein ganz schön killgeil, muss ich sagen, ne? Maurice! Wusste jetzt nicht, wen der meinte, deswegen bin ich auch reingehören. Ne, er meinte mich. Tja, hätte er was sagen müssen. Sam war so ganz schön killgeil. Ja, Mensch, wenn da einer rumläuft. Komplett nackt, natürlich. Komplett nackt. Ja, easy! Basti! Ja, er gibt mi! Er gibt mi! Er gibt mi! Mann! Oh leka leka, er gibt mi! Fuck it, ey! Er gibt mi! Basti? Fläche! Tschüss! Da konnte ich nicht mehr. Ich konnte nicht mehr zurück. Ich war schon mittendrin. Hauptsache die Leiche verbrennen. Ja, mittendrin stand nur dabei. Scheiß Kompost, alter. Okay, only one time. Wenn ich dich treffe... Deagle wegschmeißen dann. Das war keine one time. Deagle wegschmeißen. Nein, sie ist so schön. Komm! Ich schlägt dir auch einer. Nein! Hast du eigentlich die Deagle jetzt, äh, drinnen, die du gezogen hast? Ja. Vorne. Aber die ist noch schön. Okay. Weil die kostet... Deagle one time. Window. Hallo. 3, 2, 1, 0. Was hast du denn für eine gezogen? Wunderlich. Ah, das ist so eine komische Lula-Fillige Scheiße. Boah, ich seh nichts. Ich seh nichts. Ich seh nichts. 13 OP. Ach, diese Schiener-Potze. Alles klar. Carry me, please. Senpai! Notiz mi, Senpai! Nein, mit Senpai. Ich bin nicht mehr mit Senpai. Was? Wo? Hä? I am very low, you know. Einer card, glaub ich? I do a move. You know? You see. Geh doch mal weg, ich will planten, man. Oh, Scotzi, alter! Boah. An deiner Stelle würde ich den töten. Hör auf. Not to it. Der kommt gar nicht da oben. Okay, pass auf, dass du nicht eher schluss. Alter, der Bombe ist A und der guckt zu mir! Ja, kommt zu dir durch. Jungle Do. Für was ist Maurice eigentlich gut? Was ist denn da? Ich hab hinter Kiste geblendet. Die haben beide aufgehört? Na ja. Aber guck mal, seine Hose ist kaputt. Ja, echt so. Da kannst du dich mal leisten, ne. Aber so, die schießen sich auch noch gegenseitig ab? Ja. Ja, Leute, Leute. Also der mit extrem entspannter Stimme. Ja, Short, Jungle durch, City durch. Alles klar. Ja. Ja. Ich würde lieber wieder A gehen. Okay. Komm, Poster, alter. Folge euch. Ach komm, Poster, alter. Randa. Ja. Und zeig jetzt. Smoke ist schwer. Das ist schwer. Ander, ander, ander. Einer unter Holz. Ja, genau. Würde ich sagen. Genau das meinte ich damit. Ich habe ihn. Bei einer Stairs? Die bitte. Halte, CT, halte, CT. Halte, CT. Der CT kommt jetzt gerade. Das ist recht. Held auf, bitte. Was ist das? Nice. Jetzt sieht die noch. Das ist kurz. Jetzt ist das kurz. Na, der hat Maurice. Jesus. Nice. Naja. Naja, wenigstens hat er jemanden getötet, ja. Ich zu, ey. Das kann der auch, das kann der auch im Schlaf, ey. Ja. Oder mit verbundenen Augen. Ich glaube, das könnte ich sogar wirklich, wenn ich das nicht hören würde. Ja. One-Tap mit verbundenen Augen. Nur das machst du besser. Echt ein Legendary, ey. Gar nicht so unmöglich. Mann, ich weiß. Jetzt sieht hier einer. Garnate war ja komplett behindert. Einer war Linja. Ja, warum ist auch, äh. Stairs, eigentlich bin ich wieder da. Stairs, low life. Alter, CT. Oh, short AWP. Oh nein, wir sind tot. Oh nein. Vielleicht zwei low. Okay, check. Ich treffe nicht links, kommt jetzt vor. 5 HP. Pfff. Daneben, alter, keiner low. Das ist ein Auto, ey. Ich drehe ja grad voll am Rad. Ich glaub, ich drehe am Rad. Ja, der muss mal böse Onkels hören und dann zocken. Ich bin ne böse Onkel aus dem Internet. Ui. Tee, wo bist du APK? Wo bist du APK? Du bist immer noch Tee, alter. Ach man, Leute, ich hab ihn nicht gehört. Da hat einer B Half-Life. Oh mein Gott. What the fuck? Kommt mal. Das ist der Problem. Der letzte war B Half-Life. Nein, der war nicht mit. Alter. Ja gut. Na gut, wie in die Bombe da auch nicht. Hey, Junge, Alter. Bis jetzt so... Junge, Junge, Junge. Junge, 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 Junge. Ja, wir haben jetzt auch solche... Ah, wo ist letzter wie Bastis? Das letzte Mal. Hey, Dämon in ihm. Ach. Der, und dann war Bärs doch. Ah ja, ich hab ja, ja. Genau. Sie wurden gerade so eben weggeknallt. Okay. Tschüss. Ja, du... Pfff. Einer war noch auf uns. Ich seh nix. Ich auch nicht. Danke für die Blend. Oh mein Gott. 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 Kann ich die Waffe da nicht schmeißen, wenn ich keine Kugeln mehr hab? Warte. Wie fährst du mit Nachladen? Ah Gott. Warte die Kugel raus, du musst aus dem Magazin, du selber will. Ja, komm doch, komm doch einfach mehr ans Mikrofon, wenn du willst. Alter Schwede. Warum nicht? Alter Bong. Mann, Basti, du musst deinen D-Mann wieder raus, Lassi. Nö, war ganz komisch und das kann er jetzt nicht auf Knopf rum, nur wenn irgendwas cooles passiert. Oh, das ging echt nicht mehr, Alter. Ja, du warst ja dabei. Na, man kann doch zustimmen, du alter, wo bin ich hier gelandet? Ja, 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 ja. Wie so. Lalla Stube, Alter. Mann, Gott, oh. Weißt du, du hast nen Klick passiert. Show mit Awe. Let's go. Oh, du bist. Ah. Ich hab's an beiden gebrochen. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir das schon noch... Ach. He's dead? I got one. Von meiner. Ben, Ben schon schon. Ja, ja, ich geh einfach... Ah. Ja, ich blende hinter Kiese. Kiste! Schwung in die Kiste. Ja, und... Kiste! Die sind längst schon drauf. Ja, ja. Aber in der Ziki. Einfach für Geld planen. Fuck, Alter. Weißt du nicht, wie er eigentlich Richard hat? Er hat gefälscht ihn. Wir ziehen sich in zwei. Was? Oh, da sind alle irgendwie ein bisschen Ball am Kopf, ja. Naja, es geht erst richtig los, wenn Basti seinen Dämon aus seinem Kopf rauslässt. Jetzt wollen wir heute los. Ah, scheiße, jetzt hab ich... Äh... Was? Was für Corona? Das war der Dämon. Der hat gesagt, du mischst raus. Nein. Das geht nicht auf Knopfdruck. Hast den Jungenruf. Short kommt. Ah! Geht nicht auf Knopfdruck, was? Äh, Window ist lowlight, I think. Wir sind tot. Short Connector. Ich hab dich einfach nur erschrocken, Alter. Aber das ist... Was für ziel, ne? War aber mal wieder bester Schrei. Ja, ja, der war geil, ne? Ich war schon wieder geflasht, wollte in der Nade schmeißen und... War noch das hier. Oh, da hängt einer. Nein, Alter. Connector hängt einer. Ab. Einer window einer Connector. Ab. Ab. Oh, Maurice. Pass auf Connector rein. Zweiter Connector. Äh, äh, eh, andere, war auch noch. Ne, ja, die sind weiter Connector rein. Also. Oh, so. Mach dich, Molly, komm hier. Mach dich, Molly, komm hier. ja okay das war das war schon wieder besser hängt einfach neben ja ich die letzte vorletzung biete biete immer wieder gern ja warte basti die geliebt hier so ein schenkelknopf was war das für eine flash aber mir einer markt markt linker fenster Prozent 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 weiter das war die die ab und die 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 muss man schleichen ich schwöre ich krieg dann irgendwann mal aufs Maul alter ich möchte heute noch aufs Maul oder so oh Gott wie sie sagt er ja oh ich habe ihn gepflegt oh mein Gott einer war noch sicher ja ich bin komplett gefloschelt hat 42 hat er noch schreibt easy weißt du ja weil sie eine Ehre gerade angegriffen wird weil der komplett weg genudelt wird ich meine oder SGB was die Geburt ich will USB spielen ich hab noch meine gedroppt schon da liegt ja auch nimm nicht was b 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 bsz einer half life Das war der Harder. Shot. Ich sehe ihn nicht. Hä, hast du nicht gehört, dass er rechts den die ganze Zeit geschossen hat? Ja. Ich sag ihn noch Shot. Er ist Apps drin, oder? Na. Amino! Amino! Verspielte runter. Könnte mir so einen Arsch beißen, ey. Dann beißt dich doch. Basti, Basti, Basti. Na, da dran kam ich nicht ran. So gelenkig bin ich nicht. Ich schon. Ich würde es auch keiner reden, Alter. WAT?! Ja, du hast halt dein Dämon gesagt, weißt du? Ja. Einer Mitte. Oh, er flasht? Oder war Ben? Nee, die haben geflasht. Ja, auf A, wo ist mein A-Mate? Ich musste Mitte grad mal aushilfen. Aber A ist durch, übrigens. C durch. Alter, Vater. Direkt ein Heller kassiert. Ja, alles klar. Ramp wahrscheinlich, stimmt. Ich glaub, mein Aimbar ja gerade ist Bronze, Alter. Bronze? Bronze, einfach Bronze. Gibt's ja, äh, gibt's ja schlechter als Bronze. Äh, Silber? Ja, klar. Äh, äh. Wir kommen bei League of Draven. Ich hab gekauft. Ja, die Waffen im Alter. Wieso konnte ich denn nicht schießen? What the fuck?! Wieso konnte ich denn nicht schießen?! Ich kenne ja wohl nie mehr drin und doch. Alter, ich hasse Musik. Na? Okay, okay. Kann man die auch komplett muten, weißt du, dass jemand? Ja. Ach so, ja, kann man in der Einstellung runterstellen. Einstellungen und dann glaub ich. Moris, er fehlte Mitte. Mitte Bombe da. Oh Gottes Willen, ich bin komplett geflascht. Ah, das war ich. Aha, aha. Okay, äh, scheint nix zu sein. Under, under, under. Nice. Die Bombe war mal hier, ich glaub es wird B. Ich glaub auch. Aber bleibt dir mal bitte auf A. Obwohl, Benni ist fast B durch. Keine Ahnung, ich seh die Anzeige. Er wird A. Ja, leider. Weil, äh, ja, alle sagt es wird B und ich dann mit ihnen auf A-Kons nicht fliege. Heine Güte, chill doch mal. Vor allem ihr alle. Oh, klar. China-Kotzer jetzt nicht mehr. Äh, Jungle, Jungle. Bro, alter. Warum schießt... Warum schmeißt er denn da... Mollo, alter. What? Ja, wer da drin ist. Ja. Oh, ich hab jetzt ein Herz und... Frey. Aha, danke. Noch einer in der Mitte. Zwei Mitte. Ich hab Bomber. Ach man, alter, AWE-Connector. Ja. Also ich hab meine AWE gesucht. Der ist down. Kannst mal eine AWE holen, Curry. Sehr schönes Fork-Fair. Da gammeln sie alle in der Mitte rum und vergessen aber den Scotzy. Ja, außer der eine, der war dödo. Ja, der eine hat irgendwie, keine Ahnung, irgendwas gemacht. Easy. Der Stachel sitzt tief, ne. Was ist denn für ein Stachel? Von Skana. Ja. Einer Mitte, einer Mitte, einer Mitte. Nö, das sagt Skana bei Loll. Ja, was denn? Der ist vollflasht und gibt ne Headshot. Zwei Mitte, zwei Mitte. Ja, der war ja auch geflasht. Richtig. Ja, genau, ich guck. Fla-Fight. hast du den bekommen? Ja. Wann dann bitte hinter euch. Letzte A! Ja. Aaaaaaahhhhhh 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 Schöner Auge, ne? Aaaaaaahhhhhh Aaaaaaahhhhhh Merry Christmas I give you my heart But the very next day You give her away Okay, break it again This Year Weiter weiß ich nicht Someone got Special Aaaaaahhh Renade Flash of B Einer Mitte Warte, warte, warte Okay Okay Warte, warte, warte Aaaaaahhh 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 Last Christmas I give him my heart To the very next day You give it away Last year Aaaaaahhh also jetzt ist das wieder so ein spazieren gehen hier keiner mitte das ist ein haus einer partner oben apps um palace ja mein gott das ist die krass musa gab ihm gut oder der ist ganz anders wurscht 1 1 1 5 ja genau oh jesus ja weil wir das abgemacht haben letzter b wahrscheinlich hat er nicht oh mein gott also irgendwas kannst du auch mal klatschen ging ja voll genau tschüss umbelangt mit ja stimmt ja da kommt ein short oder er geht auch oder wir sind sofort warum nicht 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 nach schießen soll da für uns nicht weil du ehrenbrechen bist schuldig ja macht kein nix war auch ja was sagt es jetzt Sprengkommando meister nix nix waffen schaden ich habe immer noch keiner bringt das spiel will mich doch wollen ja ja benny dein account kann nicht mehr höher gehen mit ich mich sch 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 Vielen Dank.